Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Lunch Update begrüßen. Blick auf die Kapitalmärkte, wo können Anleger aktiv werden? Das sollen die Fragestellungen und die Leitlinien sein, mit denen wir uns die nächsten rund 30 Minuten beschäftigen. Wir werden die Online-Konferenz natürlich aufzeichnen, Ihnen diese Konserve im Nachgang zur Verfügung stellen und auch die Fragerunde wird am Ende der Online-Konferenz wieder möglich sein, aber diese wird nicht aufgezeichnet. Wir springen direkt hinein in die Agenda. Wir schauen natürlich kurz auf die Marktbewegungen, die wir am kurzen Horizont gesehen haben. Wie waren die Entwicklungen im laufenden Quartal? Wie haben sich die letzten vier Wochen gezeigt? Dann ein kurzer Rückblick auf unser Lunch Update von Mitte Februar diesen Jahres. Damals haben wir Ihnen den Marktkonsens mitgebracht. Was haben die Marktteilnehmer erwartet? Wie waren die Positionierungen? Also wenn Sie möchten, was war die Konsensmeinung dessen, was wir aus Gesprächen mit Vermögensverwaltern, aus Reports von Investmentbanken, Fondsgesellschaften und im Austausch mit anderen Beratern und Investoren herauslesen konnten. Dann der Abgleich mit den aktuellen Konjunkturdaten. Wo stehen wir heute? Welche Fragen resultieren daraus, was die weitere konjunkturelle Entwicklung angeht? Und natürlich aus der Anlegerperspektive auf Basis a der volkswirtschaftlichen Daten und b der Positionierung vieler Anleger, die geprägt ist durch den Konsens, der wiederum geprägt ist natürlich durch die letzten Jahre. Wo ist denn gegebenenfalls Handlung oder dafür Anleger, der nun mal geprüft werden sollte? Zunächst die Marktentwicklung. Sie werden das alle in Ihren Depots sehr positiv wahrgenommen haben. Wir hatten eine starke Entwicklung im laufenden Kalenderjahr. In Grau sehen Sie die Entwicklung seit Jahresbeginn, also etwas mehr als ein Quartal. Der blaue Balken zeigt die vergangenen vier Wochen und wir sehen eben durchaus, dass wir speziell am globalen Aktienmarkt starke Entwicklungen hatten, rund 8 Prozent. Und man darf ja nicht vergessen, dass wir bereits im vierten Quartal 2023, nach dem sehr schwachen Oktober, doch ein sehr fulminantes Ergebnis hatten. Und übrigens speziell für den S&P verfundet in den USA, diese Back-to-Back, also zwei Quartale hintereinander mit digital zweistelligen Renditen, das war für die Zukunft durchaus ein guter Indikator für weiter positive Renditen. Ob es weiterhin so kommt, man muss das abwarten, aber zumindest der Blick in die langfristige Historie lässt diese Analogie anstellen. Dann die Emerging Markets, die aufstrebenden Volkswirtschaften, trotz zuletzt besserer Daten aus China. Diese hängen den Industrienationen seit langem ja sehr deutlich hinterher. Sie sehen es hier, 3 Prozent natürlich auch eine positive Entwicklung, absolut, aber relativ gesehen natürlich deutlich schwächer als die Aktienmärkte der Industrienationen. Gold im Dollar mit einer sehr schönen Bewegung nach oben. Sie wissen, wir sind ein großer Freund von physischen Edelmetallen als Teil der strategischen Anlagestruktur, einfach als Versicherung, als Element der Diversifikation. Das hat sich hier schön bemerkbar gemacht. Ein Aspekt, der vielleicht weniger positiv ist, auf der einen Seite, aufgrund der möglichen Inflationswirkungen, aber vielleicht positiv für die wirtschaftliche Entwicklung als Indikator. Das sind die Rohstoffpreise. Hier sehen Sie eben den Rohstoffindex, rund 12 Prozent im Plus. Und dazu passend, und das ist auch eine Kernthese, die wir uns später noch anschauen, stehen wir vielleicht vor einer Reflationierung. Also stehen wir nicht nur davor, dass wir sagen, hey, speziell die US-Wirtschaft, die wird gar nicht landen. Also es wird A, keine harte Landung geben, B, es wird auch keine softe Landung geben, sondern man wird erst mal gar nicht landen. Wir bekommen eine Reflationierung, wir sind vielleicht sogar in einer Beschleunigung eines zyklischen Aufschwungs. Und das würde ja bedeuten, Rohstoffnachfrage steigend, zumindest auf konstant hohem Niveau. Gegenwind für die Zinsen. Warum soll die Notenbank die Zinsen senken, wenn Wirtschaft und Arbeitsmarkt weiterhin sehr intakt und stark sind? Also dementsprechend Gegenwind für die Anleihen seid. Und das sehen Sie hier eben dargestellt. Die Anleihen im aktuellen Jahresverlauf im Vergleich zu den Aktien die deutlich schwächere Anlageklasse. Tendenziell bei den Anleihen muss man auch sagen, je mehr Kreditrisiko, also je mehr Konjunkturabhängigkeit, je mehr Unternehmensrisiko in den Anleihen enthalten war, desto besser haben sie sich entwickelt. Also sprich, Unternehmensanleihen und Hochzinsanleihen haben sich jeweils besser entwickelt als die klassischen Staatsanleihen, weil eben in den Unternehmens- und Hochzinsanleihen auch anteiliges Aktienmarktrisiko drinsteckt, aufgrund der Bonitätsrisiken. Dann Euro-Dollar, auch das natürlich, Sie wissen, es wäre uns Entwicklung schwer zu prognostizieren. Das nehmen wir mal die Entwicklung so hin, aber die Abwertung des Euros gegenüber dem US-Dollar hat vielleicht auch damit zu tun, dass man die Zinssenkungsfantasien, die ja speziell im vierten Quartal 2023 auf ein unsinniges Niveau gestiegen sind, dass die sich relativieren und dass eben diese Erwartung, dass die Zinsen in den USA später gesenkt werden und langsamer gesenkt werden, was den Leitzins angeht, dass das natürlich den Dollar begünstigt. Auch der handelsgewichtete Dollar ja jüngst wieder mit einem Höchstwert. Die Entwicklung über den längeren Zeitraum für die verschiedenen Vermögensklassen. Hier sieht man in Grau auch sehr gut nochmal diesen Goldanstieg. Also Gold hinkt längere Zeit den Aktienmärkten hinterher, hat nun aber über den hier betrachteten Zeitraum auch zu den Aktienmärkten aufgeschlossen. Insgesamt interessant natürlich für diesen Zeitraum, wenn wir uns das hier betrachten, dann sehen Sie im Endeffekt, dass die Aktienmärkte relativ nah beieinander sind. Also Aktien Europa und Aktien USA sehr, sehr nah beieinander. Aktien Welt entsprechend etwas schwächer. Hier unten die aufstrebenden Volkswirtschaften. Also wir sehen das, was wir eben auch in der kurzfristigen Sicht gesehen haben, sehen wir auch in der etwas längerfristigen Perspektive. Aktien waren der Place to be. Im Vergleich zu vielen anderen Zeiträumen hinkt Europa nicht mehr den USA hinterher, wenn wir die breiten Indizes nehmen. Auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass die Branchenzusammensetzung beispielsweise um S&P 500 eine ganz andere ist, als beispielsweise im Eurostoxx 50 oder in Europa natürlich allgemein. Die amerikanischen Leitindizes, speziell der S&P 500, natürlich auch geprägt durch diese riesen Mega-Tech-Konzerne, die sehr stark von dem Hype um künstliche Intelligenz profitieren, wo sie eben diese globalen Marken natürlich haben, Apple und Co., die trotz den Problemen, die sie immer mal wieder haben, natürlich einfach globale Marken sind mit einer gewissen Strahlkraft. Also man sieht hier, diese Lücke hat sich zumindest, was die Performance betrifft, jetzt auch geschlossen. Und nun könnte man natürlich auch argumentieren oder sich fragen, wie kann es denn sein, dass die europäischen Aktien, die man ja teilweise als sogenanntes Industriemuseum mit bezeichnet hat, wie kann es sein, dass die so gut laufen, wie die amerikanischen Aktien, die ja doch deutlich zukunftsgerichteter aufgestellt sind, was die Branchenzusammensetzung angeht. Auch das nochmal ein Thema, was wir im Hinterkopf behalten. Aber für den Zeitpunkt nehmen wir mit, Sachwert schlägt Geld wert. Aktien und Edelmetalle waren deutlich besser im hier betrachteten Zeitraum als die Anleihen. Bei den Anleihen sehen wir eben auch hier, da sind wir noch im negativen Bereich. Da haben wir natürlich auch entsprechend Gegenwind, nicht so stark wie im Rahmen dieser massiven geldpolitischen Straffung, aber dennoch so stark, dass sie eben keine relevanten Kursgewinne realisieren. Wie gesagt, je mehr Unternehmensrisikokomponente, desto besser die relative Wertentwicklung. Also das zumindest für die Vergangenheit. Wenn wir nun zurückblicken auf den Konsens per Mitte Februar, da haben wir damals gesagt, die Markterwartung ist, der Inflationsdruck lässt weiter nach. Weil der Inflationsdruck nachlässt, können die Notenbanken die Leitzinsen deutlich senken. Andererseits das wirtschaftliche Wachstum bleibt in Europa und in China schwach. USA bleibt der Wachstums-Champion. Man kann eine Rezession vermeiden. Geopolitische Themen werden diskutiert, aber keine Berücksichtigung im Rahmen der Anlage. Strategie, also Russland, Ukraine, China, Taiwan, aber natürlich auch das Thema Nahe Osten, mögliche Auswirkungen auf die Transport- und Logistikketten. Und die Zinswende verursacht zwar wirtschaftliche Schäden, aber es wird keine systemische Krise. Das war damals der Konsens, aus dem man auch abgeleitet hat, was die Positionierung angeht, das festgehalten wurde, Anleihen sind wieder eine zentrale Anlageklasse. Klar, die Zinsen sind zurück. Wir sehen aber auch, dass der Gegenwind über die stärkeren wirtschaftlichen Daten, die wir gleich gemeinsam betrachten, dazu führt, dass die Einstiegskurse, die Einstiegsrenditen zwar auf einem attraktiven Niveau sind, aber im kurzfristigen Rückblick die Rendite belastet haben, im Vergleich zum Aktienmarkt. Unternehmensanleihen bieten eine attraktive Risikoprämie zu Staatsanleihen. Das sehen wir in der Relation, aber die Frage ist, sind die Kreditrisikoaufschläge noch attraktiv genug? Und Aktienmerke sind angemessen bewertet, aber Rückschlagspotenzial bei den Highflyern, hier muss man sagen, bei den Highflyern, wir sehen, die Entwicklung geht auseinander. Das waren mal die Magnificent Seven, jetzt sind es dann zwischendurch die Sexy Six gewesen, mittlerweile sind es vielleicht noch vier Aktien, die übrig geblieben sind, Tesla ja jüngst auch negativ in den Schlagzeilen. Also von daher, da sehen wir diesen Konsens, der hat sich doch ganz gut auch bewahrheitet und wir sehen vor allem auch, dass Aktien mit hoher Profitabilität, Quality, Quality Growth, also Aktienunternehmen mit Burggräben, und die sind weiterhin gefragt, dieses sogenannte Mode Investing, gute Bilanzkennzahlen, hohe Rendite auf das eingesetzte Kapital, die wurden damals als das attraktivste Segment angesehen, sind auch die, die aufgrund der Indexberechnungslogik in Indizes immer höher gewichtet werden, weil sie wissen, Indizes folgen typischerweise den Regeln der marktkapitalisierungsgewichteten Rechnungslogik, je stärker Unternehmen gefragt sind, je höher die Marktkapitalisierung, desto höher wird das Gewicht im Index, deswegen sind natürlich Indizes auch tendenziell eher trendfolgend aufgebaut. Also das ist der Konsens. Und Sie sehen, vieles hat ganz gut gepasst in der Konsensmeinung, jetzt schauen wir uns die aktuellen Daten ein, zunächst natürlich mal die Konsumentenpreise der Eurozone sehen, im oberen Chart sehen Sie die Entwicklung im Zeitverlauf, im unteren Chart eigentlich aus unserer Sicht aktuell noch wichtiger, die Veränderung auf Monatsbasis und da sehen Sie eben die Kerninflationsreiter, also das, was strukturell Relevanz hat, weil die volatilen Komponenten wie Nahrungsmittel und Energie ausgeschlossen sind, da sehen Sie 1,1% und dann bleiben wir auch wieder bei unserer Interpretation, positiv, weil man sagen könnte, das spricht für weitere wirtschaftliche Dynamik, oder endlich mal wirtschaftliche Dynamik in Europa, in der Eurozone. Andererseits kann man aber natürlich auch argumentieren, das ist negativ, weil eine höhere Kerninflationsrate ist natürlich ein Thema, die Zinssenkung im Weg steht. Also von daher, die Inflation gilt es im Blick zu behalten. Der Blick auf die oberflächlichen Daten stimmt positiv, aber der Blick auf die Kerninflationsrate, der sollte speziell für die Notenbank wichtig sein. Dann habe ich Ihnen hier mal die Reallöhne mitgebracht, die sind jetzt vom Stand per Ende 2023, Hintergrund ist der, die Daten werden immer nur quartalsweise veröffentlicht und die jüngsten Daten dementsprechend vom Ende des vergangenen Kalenderjahres. Hier sehen Sie die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr. Sie sehen es, da waren wir mal schon etwas höher, jetzt immer noch 6,3%, aber wenn Sie das mal zusammennehmen und wir unterstellen, dass die Statistiken der EZB und des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden, dass die soweit korrekt sind, dann sehen wir, dass die Inflation zurückkommt. Wir sehen aber, dass die Lohnanstiege, auch die erwarteten Lohnanstiege, immer noch auf einem ganz ordentlichen Niveau sind und vereinfacht gesprochen, wenn Sie 2,5% Inflation haben, aber vielleicht 4, 4,5% Lohnanstieg, dann haben Sie eine positive Differenz, das heißt, Sie werden jetzt in den Medien lesen, dass die Kaufkraft der Verbraucher zunimmt. Warum? Weil die Lohnanstiege höher sind als die offizielle Inflationsrate. Das heißt, die Kaufkraft steigt, das könnte positiv für die Stimmung sein, das könnte positiv für den privaten Konsum sein, nicht nur ein Thema in Deutschland, auch in den USA natürlich ein großes Thema, dort macht der Konsument ja ungefähr 70% der Wirtschaftsleistung aus. Das ist erst mal positiv, auf der anderen Seite muss man Wein oder Wasser in den Wein gießen, weil diese jetzigen Anstiege, die kompensieren natürlich nicht, dass der Verbraucher, der Arbeitnehmer über die letzten Jahre nicht Lohnanstiege realisieren konnte, die ausreichen, um die Inflation über den Zeitraum zu schlagen. Also sprich, nach vorn hin erst mal positive Entwicklung, im längerfristigen Kontext werden wir alle feststellen, dass die Preise stärker gestiegen sind, als das, was wir an Lohnerhöhungen generieren konnten. Also von daher, neben diesen Überschriften, die positiv sind, betrachten Sie bitte auch den längerfristigen Index und da kann die Lohnentwicklung nicht mit den harmonisierten Verbraucherpreisen mithalten. Kreditvergabe, auch das ein Thema, wo wir sehr genau drauf schauen, Sie wissen, in einem ungedeckten Geldsystem, einem sogenannten Fiat Money System, müssen wir stark differenzieren zwischen der Geldschöpfung durch die Notenbanken auf Notenbank-Ebene und auf Ebene der Banken, der sogenannte Kreditgeld-Multiplikator, von daher, wir schauen sehr stark auf die Geldmenge M2 und die Kreditvergabe an den privaten Sektor und auch das natürlich ein Thema, wo man ablesen würde, wenn die Dynamik wirtschaftlich in der Eurozone zunimmt, das sollte sich auch in einer steigenden Kreditvergabe niederschlagen, aber Sie sehen, es scheint sich zumindest stabilisiert zu haben, die Geldvergabe, sorry, die Geldmenge mit einem Rebound auf niedrigem Niveau, aber im negativen Bereich, aber wir hatten natürlich auch Exzesse im Rahmen der diversen Maßnahmen aus Geld- und Fiskalpolitik im Rahmen der Corona-Pandemie. Also, das zur Eurozone, das heißt, man könnte sagen, ja, man kann die Zinsen etwas senken, auf der anderen Seite Problem Kerninflationsrate, das heißt, der Zinsausblick wird weiterhin schwierig bleiben, Senkung ja, aber wann und wie viele bleibt aus unserer Sicht weiter offen. Da gibt es keine klare Meinung, das heißt natürlich auch, die Frage ist, wie weit gehe ich von meiner Positionierung im Anleihbereich von dem weg, was meine individuellen Anlagestrategie nutzt. In den USA, Geldpolitik, ja, klar, Zinssenkungen sind plausibel, sehen die Kerninflationsrate in Orange 3,7%, klassische Inflationsrate 3,2%, oberes Leitzinsband 5,5%, ja, klar, die Leitzinsen sind deutlich höher als die Inflationsraten, aber auch in den USA muss man festhalten, die Zinsen liegen oberhalb der Inflation, die Lohnzuwächse liegen allerdings auch oberhalb der Inflation, mehr Kaufkraft heißt mehr Nachfrage, also wiederum steigende Preise, Stichwort weiterhin Inflationsdruck und wir sehen eben auch, die Wirtschaft zeigt sich stark, jüngst der Einkaufsmanager Index, hier dargestellt in Orange für das verarbeitende Gewerbe und in Blau für die Dienstleister, die sind weiterhin auf einem guten Niveau, die Real-Time-Indikatoren für die US-Wirtschaft könnten auch für 2, 3% reales annualisiertes Wachstum sprechen, also auch das ja ein sehr ordentlicher Wert und von daher sehen wir eben auch hier wenig echte Schwäche in der US-Wirtschaft, die ganzen Schäden rund um Zinssteigerung und ähnliches, die zeigen sich zwar im Immobilienmarkt, aber auch da sehen wir deutliche Divergenzen, wir sehen einfach nur, dass viele Immobilien in den Indizes im Preis stabil bleiben oder rechnerisch vielleicht sogar gestiegen sind, aber es gibt einfach keine Transaktionen und weil es keine Transaktionen gibt, ist der Preisfindungsmechanismus gestört, von daher, man sollte nicht nur auf Preise schauen, die sich in Indizes bilden, sondern auch überlegen, wie viele Transaktionen stecken dahinter und auch die Differenzierung zwischen neu gebauten Häusern und bestehenden Immobilien ist ein wichtiger Unterscheidungspunkt, aber man kann festhalten, obwohl die Zinsen deutlich gestiegen sind, obwohl die Renditen für die Staatsanleihen deutlich nach oben gegangen sind, obwohl sich Refinanzierungskosten für Unternehmen deutlich verteuern, obwohl Unternehmen teilweise sehr teure Refinanzierungen über sogenannte Private Debt Vehikel nutzen müssen, sehen wir eben trotzdem, die Wirtschaft ist deutlich stärker als gedacht, die Konsumenten waren und sind kauffreudiger, als man es erwartet hat und von daher hat die Notenbank eben auch nicht den Druck, den manche Marktelema letztes Jahr oder auch Anfang dieses Jahres erwartet haben, die Zinsen schnell und deutlich nach unten zu nehmen. also in diesem Kontext die Indikatoren sprechen zumindest dafür, dass die Möglichkeit besteht eines weiteren zyklischen Aufschwungs, Indikator dafür vielleicht die Rohstoffpreise, vielleicht natürlich auch die entsprechenden Lohnabschlüsse weiterhin, wir haben das Thema Streiks ja auch in Deutschland, sie werden alle die entsprechenden Lohnabschlüsse und die Konditionen verfolgt haben und wir sehen eben auch, dass die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt herausgelesen werden, links für zwei Jahre, rechts für fünf Jahre, dunkelblau die USA, hellblau oder türkis die Eurozone, sehen Sie eben auch, dass die jüngst, das sehen Sie an den Balken hier unten, jüngst wieder angestiegen sind und das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, die These an dieser Stelle, ist es wirklich möglich, dass wir einen zyklischen Aufschwung bekommen, also sprich, dass die USA weiterhin in der Wirtschaft gut läuft als Lokomotive, dass wir positive Impulse aus China bekommen und dass selbst die Eurozone und man mag es gar nicht aussprechen, selbst Deutschland, wenn man die jüngsten IFO und ZEW-Daten zur Rande zieht, so etwas aus dem Tal der Tränen hinauskommt, vielleicht sogar eine, wir haben jetzt das Wachstum-Chancen-Gesetz in Deutschland, vielleicht ja sogar Steuersenkung, also auch, dass man hier sieht, naja, Schulden sind ein strategisch langfristiges Thema, aber jetzt erstmal geht es darum, die Wirtschaft anzustoßen und das könnte eben dazu führen, dass die aktuellen Trends von Gegenwind bei den Anleihen, Rückenwind für die Aktien, Unterstützung für Gold weiterhin anhalten. Das ist natürlich aktuell nur eine These, aber warum ist diese These so wichtig? Weil die meisten Portfolios, wenn Sie sich an die Konsens-Themen zurückerinnern, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, die meisten Portfolios sind darauf aufgestellt, dass alles so weiterläuft wie bisher, also sprich Anleihen, attraktive Renditen, also Restlaufzeit nach oben, in den Indizes sind das ungefähr 6,5 bis 7 Jahre, die Frage ist, will ich die Restlaufzeit der Indizes oder will ich vielleicht mich kürzer positionieren? Das ist Entscheidungsfrage 1, weil je nachdem, welche Inflationsregime wir erwarten, haben Sie natürlich erhebliche Unterschiede. Dann bei den Aktien, klar, Aktien an der strategischen Quote würde man wahrscheinlich nichts ändern im aktuellen Umfeld, Stichwort Rückschlagsrisiko auf Basis der Gesamtindizes nach der sehr starken Entwicklung seit Oktober. Aber auf der anderen Seite, hier mal mitgebracht, auf der linken Seite, da sieht man mal von der Société Générale berechnet, in blau, Aktien, die sich positiv verhalten bei steigender Inflation im Vergleich zu dem breiten globalen Markt, nicht marktkapitalisierungsgewicht, sondern gleichgewichtet und da sehen Sie eben auch die Profiteure der Inflation, die haben sich da jüngst besser entwickelt und auch rechts, das ist auch eine Darstellung von der wiederum Société Générale und da haben wir eben auch gesehen hier, Aktien, die steigende Anleihenrenditen mögen, die haben sich besser entwickelt als Aktien, die, oder Unternehmen, die weniger gut laufen, wenn die Renditen steigen. und wenn sie sich wieder vergegenwärtigen, wie Indizes berechnet werden, dann muss man ja sagen, dass viele Investoren ihre Allokationsentscheidungen ja de facto an die Indexanbieter ausgelagert haben, also sprich, sei es im Endeffekt MSCI, sei es FUZI, am Ende des Tages bestimmen ja die Indexanbieter mit der Logik der Indexberechnung, wie viele Investoren entweder über ETFs oder natürlich über die Benchmarks positioniert sind und aufgrund der Trend folgenden Thematik, wie vorhin geschildert, sehen wir natürlich, dass in vielen Indizes, die beliebt sind, das Thema Quality, das Thema Growth eher dominiert, Value oder auch Branchen, die lange unbeliebt waren, schauen Sie mal den Anteil von Industriemetallen am globalen Aktienmarkt an, schauen Sie mal den Anteil von Energieunternehmen am globalen Aktienmarkt an, der ist natürlich sehr, sehr gering, von daher die Kernpunkte, um es hier zusammenzufassen, sind, beschleunigt sich die Wirtschaft, wenn ja, muss man es als Risiko sehen für manche Investoren, Stichwort Positionierung bei den Anleihen, bei der Duration, Stichwort Zusammensetzung der Aktienquote, also sprich ich mein Portfolio gut genug aufgestellt, wenn wir wirklich eine höhere zyklische Komponente haben, dann werden Anleger gezwungen, selbst die Bereiche zu ergänzen, die aufgrund der Indexberechnungslogik untergewichtet sind, die einen werden sagen, ich ergänze ein bisschen Dividendenstrategien, die anderen werden sagen, ich mache ein bisschen Value, die Profis wissen, das eine ist ein Derivat, das andere, aber im Kern wird es bei vielen Anlegern und deren Verwaltern darum gehen, wie kann ich auf der einen Seite meine Qualitätsausrichtung im Aktienbereich konstant halten, aber aufgrund der gestiegenen Bewertungen und auch der Gefahr einer zyklischen Beschleunigung mehr Value-Tilt, wie die Profis sagen, in mein Portfolio hinein zu bekommen. Das wird aus unserer Sicht der Kernpunkt sein und da die ETFs, die auf Indizes basieren, das nicht von selbst machen, beziehungsweise erst sehr, sehr spät, weil rennt folgender, nachlaubender Charakter und viele aktive Manager, die jahrelang die Ranglisten dominiert haben, das natürlich auch nicht tun, weil sie auf dem Qualitätsthema hängen, ist der Anleger gefragt, sich hierüber Gedanken zu machen, das mit seinem Anleger, mit seinem Verwalter zu diskutieren, das auch im Rahmen der Asset Allocation Manager übergreifend zu berücksichtigen, um eben hier zu einem schlüssigen Gesamtbild zu kommen. Nochmal, ein zyklischer Aufschwung ist das, was noch nicht sich in den Indexzusammensetzungen widerspiegelt. Und deswegen ist es zwar positiv für die Wirtschaft, könnte aber negativ für viele Anleger sein, ob es absolut negativ ist, dass man wirklich sagt, ich mache Verluste, oder ob es relativ negativ ist, wenn man sagt, naja, ich könnte mit einer besseren Aktienpositionierung meine Rendite steigern, das wird die Zukunft zeigen, das kann dir niemand seriös beantworten, aber wir wollten zumindest diese Themen an dieser Stelle ansprechen. Ja, meine Damen und Herren, 12 Uhr 28. Ich darf mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Ich würde nun die Aufzeichnung beenden. Wer uns verletzt, Ihnen darf ich einen schönen Mittag wünschen, einen guten Appetit. Bleiben Sie gesund. Bis bald und auf Wiedersehen. Und alle anderen darf ich dazu einladen, die Funktion der Software zu nutzen, um entsprechend Fragen zu stellen. Herzlichen Dank und bis bald. dass die Aufmerksamkeit bedanken, die Funktion der Software zu nutzen. Vielen Dank.